Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Antrag zitiert am Schluss das Europäische Parlament mit seiner Entschließung, dass die Europäische Union reformiert werden muss. In der Tat, wer wollte das bestreiten? Wir ganz bestimmt nicht. Wir haben uns ja mittlerweile daran gewöhnt, dass die neue Präsidentin der Kommission das ganz große Wort im Munde führt. Und so geht es ihr also mal wieder um nicht weniger als um die Zukunft Europas. Darunter macht es Frau von der Leyen nicht. Die Zukunft Europas wird im Moment, während wir hier sprechen, wohl eher in Weißrussland oder vor der Küste Zyperns gefährdet, wo sich Kriegsschiffe gegenüberstehen, von Griechenland und der Türkei. Und dazu bleibt die EU-Spitze wie immer stumm. Denn es gibt bis heute keine ernstzunehmende Außenpolitik, trotz eines Beauftragten. Aber das Pathos derartiger Ankündigungen ändert nichts daran, dass die EU gerade jetzt in Zeiten der Krise sich wieder einmal als handlungsunfähig erwiesen hat. Gehandelt haben die Nationalstaaten, ohne auch nur einen Augenblick an Brüssel und an sonstige Regulierungswut zu denken. Die Unfähigkeit der EU-Kommission, auf die Corona-Welle angemessen zu reagieren, ist umso bedauerlicher, als gerade die Ostsee-Region zahlreiche positive Beispiele für die durchaus gelungene Kooperation zwischen europäischen Nachbarn bereithält. In diesem Zusammenhang vielen Dank, Herr Minister, für den Bericht. Hierzu, zu dieser gelungenen Kooperation, zählen wir neben der Zusammenarbeit mit Dänemark, besonders den Ostsee-Rat, dem neben den EU-Ostsee-Anrainern auch Norwegen und Russland angehören. Der Ostsee-Rat hat sich einer Stärkung der regionalen Identitäten sowie einer sicheren Gesamtregion verpflichtet. Wir halten gerade diese Zusammenarbeit mit Russland auch in den anderen Ostsee-Gremien für sehr wichtig, um jene Frontstellung zu überwinden, die Europa auf Dauer sonst nur Schaden zufügen werden. Die europäischen Staaten, das klang eben auch schon an, sind zu einer pragmatischen Zusammenarbeit geradezu verpflichtet, denn die entscheidende Gefahr nicht nur für die wirtschaftliche Stabilität Europas, ist nicht Russland, sondern der auch in der EU stetig wachsende Einfluss Chinas. Davon bin ich überzeugt. Wir begrüßen es daher, dass der Ostsee-Bericht auch der Partnerschaft mit dem Gebiet Kaliningrad, also dem alten ehemaligen nördlichen Ostpreußen, einen ausführlichen Abschnitt widmet. Diese Kooperation besteht mittlerweile mehr als 20 Jahre und wird über Delegationsbesuche hinaus von wichtigen Kontakten kultureller Einrichtungen, also Universitäten, Theatern, Musikschulen und Museen ergänzt. Wir sehen also, abseits von der EU-Bürokratie in Brüssel existieren zahlreiche konkrete und zielgerichtete Kooperationen, mit denen den Bürgern die Bedeutung einer europäischen Zusammenarbeit anschaulich gemacht werden kann. Es besteht daher durchaus auch ein Sinn darin, den Meinungsaustausch innerhalb der EU erneut zu fördern, so wie die Kommission das jetzt plant. Eines muss jedoch klar sein, und der Kollege Ollewati hat dankenswerterweise darauf hingewiesen, die Kritiker der derzeitigen Kommission und der gegenwärtigen EU-Wirtschaftspolitik dürfen in diesem Diskurs nicht ausgegrenzt werden, denn auch sie wurden, auch wenn es manchem weh tut, demokratisch gewählt und haben bei der letzten Wahl ordentlich zugewonnen. Eine Diskussion ohne wirkliche Debatte, ohne echte Meinungsvielfalt, bliebe inhaltsleer und unglaubwürdig, wie die EU manchmal insgesamt. Die Kommission hat ja nicht zuletzt deswegen ein 8 Millionen schweres Medienprogramm aufgelegt, mit dem sie eine EU-freundliche Berichterstattung fördern will. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber das ist ein anderes Thema. Aber zurück zur geplanten Konferenz und zum Antrag der SPD auch die EU-kritischen Kräfte brennen darauf, sich in den überfälligen Diskussionsprozess einzubringen. Daran werden wir als AfD zusammen mit unseren Kollegen aus der Fraktion Identität und Demokratie gerne mitarbeiten. Von daher freuen wir uns auf einen ernsthaften Ideenaustausch zur Reform der EU, sofern wir nicht wieder ausgegrenzt werden, wie bei der Besetzung der Ausschüsse letztes Jahr im Parlament. Wir freuen uns auf die Debatte und vor allem auf die guten Ideen für eine lange, überfällige, grundlegende Reform der EU. Denn so kann es mit der EU nicht weitergehen. Von daher danke für den Antrag. Wir werden ihm gerne zustimmen und wir werden auch gerne anreisen. Wir werden ihm gerne zustimmen.